Aber es bleibt noch ein bisschen TS. Weil man redet gar keine mehr. Hallo? 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 Okay, ja, okay. Echo? Echo? Echo. Was? Echo-Runde? Okay. Du spielst ja nicht mehr mit. Ja, ja, ich bin raus. Ja, ja, du bist raus. Geh mal. Wieso, wie immer. Reicht doch. Ich hab doch jetzt drei Spiele oder so gespielt. Anderes Spiel jetzt. Was spielst du jetzt? Poltergeist. Wat? Poltergeist. Hab ich ja auch verstanden. Pol-geist. Was hat denn? Dieses neue Spiel da. Das ist so ein Spiel, wo da in der Pol, wie heißen wir, in so einer Stange tanzt. Ne, ich glaub, das ist ein Spiel, wo du einen Geist, also eine Ziege, an einen Pol, also an einer Stange binden musst. Nicht Pol! Pol, fall! Ach so. Ach so. Voll geil! Voll geil! Oh, lecken's mich! Ja, jetzt hab ich's verstanden. Voll geil! Er spielt ja. Ja, genau. Boah, komm, vergiss. Er spielt aber auch voll geil, find ich. Also... Muss man ja auch mal sagen. Ach, die ist doch kacke, die Map. Findest du? Ja, ich kann dich nicht. Ich kenn die nicht. Welche spielt hier? Cash. Was? Cash. Cash in the cash. Was? Ich seh schon, du spielst dich so langsam auf uns ein. Ich hab immer noch einen Verstand, ne? Hallo? Hallo? Was für ne... Ich hab immer noch einen Verstand. Heee. 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 Mhm. Tache. Mhm. Hi. Okay, jetzt hab ich's verstanden. Eigentlich war noch Nihon die Recherke anscheinend. Krass. Krass. Woher Winter. Ja. Ja. Kommed. Hoher Winter. Ja. Du analog wurde. Dramatische Tür. っ. Körljer. Wimper. Wimper. Oh, ja. So, ich hab Bombe. Wohin? Frage. Einfach den Orangen hinterher. Orangen hinterher. Okay, der weiß Bescheid. Der weiß Bescheid. So, Alex hat auch noch lauter. Tut mir leid. Der Orangenet bewegt sich jetzt erst. Einfach den Lillanen hinterher. Ja, ja. 51 in 4. Kallonet. Kallonet auf Flaschmengen. Block, Ned. Ein Flaschmengen. Kallonet. Bomb has been planted. Nein. Wie nein? Ronny, würdest du aber nicht das am Livestream? Oder du scheinst, dass du jetzt einfach was ungekartet tust? Ich nehme auf und das wird dann später dann live gestellt. Also ungekartet aber, oder was? Aber ungekartet, ja. Dann kommt keiner easier cut. Ja, aber dann kannst du es doch einfach live aufnehmen. Hast du noch weniger Arbeit? Äh, das ist richtig. Ja, da hast du natürlich recht. Ähm, ich hab das noch nie probiert, ob ich hasse. Das habe ich schon wieder Bomber. Das hat funktioniert. Mal ganz davon abgesehen, dass ich auch die Zeit dazwischen nutze, um die Auflösung höher zu rendern und dadurch die Qualität zu verbessern. Bei dem Spiel. Auch bei dem Spiel. Das ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit, Jan. Äh, cutten und so, richtig vernünftig. Über die Orangen hinterher, oder was? Mhm. Oh, ich hab die Brumme gesiegt gerade. Ich hab die Brumme gesiegt. Einladung. Ah, Main. Ah, Main. Links von dir zwei Ducks. Und rechts von dir einer. Was war das? Zu viele. Zu viele für uns. Zwei kleine Wichte. Oh, ich hab schon wieder die Bombe. wir brauchen wir brauchen dich und ich liebe dich ich will kein akk alex Und jetzt sind wir es, gut lass mir mal abhreschen Komm schon, für euch €len wir noch nie Feder? müssen wir jetzt uns mal hier vorne habe ich danke hinter uns komm ich will schon auch daneben schießen nicht die Bombe bitte letzte unbekannt Tür geht in die Arme bitte mit Alex hinter dir Yellow Yellow Danke Wieso sagst du Yellow? Achso Weil er was in der Nase hat Aber wir wollten deshalb den nicht so genau erklären Dank dir Gerne geschehen Du musstest mich schon mal Alex Das ist der Motivation wir von Alex I'm following a Flashbang Molotov Grenade Ach komm schon Flashbang Ich habe Bombe ne Granate Hier war hier vorne Schön Ach komm Squeaky pusht Hinter euch kommt Von Squeaky aus Okay Am Auto ist einer Er kommt in der Arme rein Da bist du tot Alex Und jetzt da sitzen bleibst Auch wenn du da sitzen hast Bist du denk ich mal Ich bleib nicht sitzen Keiner Ist Freiner Oder A Nee A ist komplett alles Aber nicht Freiner Einer ist ganz am Ende Am K Da steht ein Auto K Ja und an der blauen Tür ist Nee Ab ist hier Leck mich einfach Hä Weil er wusste das Ich hab mich gar nicht bewegt Ja aber der kommt in die Ecke vor mich Weil Look den Ich glaub entweder hat der was anderes Er ist ein Smurfer Äh von beiden Was ist ein Schnurfer? Einer der höher spielt Smurfer Er sagt nichts Außer da sagt er mir was Ja ich wollte nur helfen Deine Hilfe brauche ich nicht mehr Also du meinst er ist ein Schlürfer Das ist ein Schleimann Schleimann Ah Das ist ein Schleimann Ich werde doch nicht gleich aggressiv Ich werde doch nicht gleich aggressiv Nur weil du Schlürfen falsch sagst Ich bin von Natur schon aggressiv leider Dann sag doch nichts mal einfach Schlürfer Dann weiß ich irgendwas du meinst Schlürfisch 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 Jetzt bist du, wo die Tür ist, wäre das echt geil. Könntest du aufhören zu singen? Entschuldigung, weil du sehr schief singst. Kennst du das nicht, das ist so ein Meme. Ach super, das kam zu spät. Wurde ich nicht mitbekommen. Du glaubst ja bei Highland. Schön, was macht ihr das? Ronny, kennst du das nicht? Ja, ich hab den Wissen gehört eben. Nee, kenn ich nicht. Das ist so ein Meme-Song, als ob du es nicht kennst. Nee, ich... Wer bist du? Alter, der ist 50. 49. 40? 49. Mach dich nicht jünger, als du bist. Alex, du könntest ja mein Vater sein. Korrekt! Vielleicht ist er das. Ich... Ich bin dein Vater, Alex. Ronny, du hast gebombt. Ja. Aber warum geh ich dann vor? Ey, ich find das total super, dass du noch zockst. Ja, klar. Wenn ich überleg, mein Vater ist also total eingerostet. Aaaaaah, scheiße! Ach fuck, einer ist auch. Da war genau einer vor meiner Flinte. Als ob du mit deinem Vater zocken würdest, Bruder. Na, ich sag total eingerostet. Aaaaaah! Bruder, jetzt rutscht wieder raus! Jetzt ist es hoch. Schön. Ey, mein Vater wird da ganz kurz drauf klarkommen. Ja, aber wenn du mit deinem Vater zocken gehobst, würdest du mit deinem Vater zocken. Nein! Einmal, einmal nicht den Gegner getroffen, direkt die Installation! Direkt die Installation! Direkt die Installation! Aaaaaah! Hat mich! Oh Mann, ey! Der hat up save was an. Der kriegt die ganze Zeit in die Gepretzer. Du, ich zock schon seit 40 Jahren! Ich hab baum was. Ich find das total super, Ronny. Danke. Ich auch. Ey, echt. Ich find das total super. Danke! Hast du denn, du hast bestimmt auch schon Tochter und Sohn und alles, oder? Zwei Töchter, ja. Ja, okay. Wie alt sind die? Äh, noch zu jung für dich. Eine fängt gerade im CSGO auch an. Ja. Ach, mit dir haben wir doch letztes Mal geredet. Ja. Ja, ja genau. Das ist die ältere. Ja, das ist die ältere, 14. Für die jetzt. Der alter ist zu jung, Alter. Ja, tut mir leid. Sag ich ja. Also, ich darf das Spiel doch noch gar nicht spielen, Ronny. Ja, wird erlaubt es der Eltern. Oh, ich war doch nicht fast. Du erlaubst deiner Tochter alles, was, Ronny? Nee, alles nicht. Was darf dir nicht zocken? Äh, zocken darf die alles. Sie darf keinen Freund haben. Also. Aber, Dirk sagt doch, äh... Was? Was? Sekunde. Jetzt war ich raus. Ich, ich hätte meine Tochter Dirk versprochen. Dirk ist verheiratet. Was? Das ist ein alter Mann. Was heißt alt? Nichts für ungut, Dirk. Oh, gut reagiert. Mach hier eine. Komm schon. Jetzt wollte Dirk mal zeigen, wie jung er ist. Oh, gut reagiert. Was? Ach, noch zwei. Ach, sind noch zwei da. Das wusste ich nicht, sorry. Siehst du, der eine ist auch ein alter Mann. Wer? Ja, einer von den Gegnern da, wenn man das, wenn das Bild stimmt. Also. Aber auch zu alt für dich, Yannick. Ja, okay, Alex. Sag mal, äh... Du bist ja gar nicht der Anfang, ne? Probieren. Ja, ich bin im mittleren Alter. Für mich ist gar nicht zu alt oder zu jung. Ach so. Ich kann alles nehmen. Der ist ja jung, oder? Ja, du bist zu jung. Okay. Für die Älteren. Das gibt's nicht. Also, wie gesagt, meine Tochter, die kriegt keinen Freund. So, Punkt. Ja, weil die Dirk versprochen ist. Ries. Das sagst du jetzt. Geradeaus war der. Hm, ich hab ihn gesehen. Da laufen die Boys in die Bude. Junge, ich hab nen Waffenschrank im Flur. Das schreckt schon mal die ersten ab. Ja, dann geht sie halt für den Boys hin. Ja, dann tut sie ja leider auch. Ja, siehste. Ja. Ganz normal. Aber irgendwann müssen sie ja kommen und dann sehen sie den Waffenschrank. Ja. Wenn die aber deine CS-GO-Videos sehen, dann bin ich wieder... Ja. Ja. Dann steht die. Dann steht die vor der Tür, weißt du, und du hältst die Knarre dahin und rechts, links, oben, unten. So, der steht da, raucht sich gemütlich eine, weißt du, wenn das Magazin leer ist. So kann ich jetzt mit ihrer Tochter sprechen. Weißt du, ob der hat. Boah, Alter. Ich bin doch nur der Postbote. Okay. Entschuldigung. Alter. Ich bin doch zu blöd für den Vollgeist. Hey! Hey ho. saint coal ber développer armienen ist nicht mehr hart. Das körde was mir beschwun visible ist. Alex, der steht. Alex, der steht. Alex hier stehe ich. Alex hier steht. Ach, ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Ich glaube einfach weiter. Plянed. Ach, ich habe die Bombe Scheiße, warum habe ich denn die Bombe? Aber nie habt ihr gewonnen. naja ist trotzdem geplantet die bambo konnte ich nicht mehr kaufen ach ja wo seid ihr bin oder der violette der heck auf jeden fall weil den habe ich schon mal geportet und deshalb ist er bei mir auch gemutet ich habe ihn eigentlich auch nicht aber wieso auch immer ich ihn gemutet habe der gemutet ist aber der gibt echt nur headshots er ist einfach besser als du ich habe nicht gekrascht ja super ja als bus du mich nur noch kurz klar dann gehen wir rüber b mal gucken wo muss ich mich einfach direkt mit der scheiß drauf oben mach doch gut danach gehst du direkt b aha alle ihr sollt b gehen ach so alle folgen dir ja vorsicht dirk der von da kommt der macht eigentlich nur headshots ja und was machst du da ronny wir haben gesagt wir gehen b ja äh ist das nicht b nein das ist mitte wo du bist oh tschuldigung das hilft es dabei ach so 68 1 habe ich dir gegeben wo geht es denn weiter hier boah das gibt es nicht eh das gibt es echt nicht sorry ich kenne die karte noch nicht so wirklich ich habe Bombe ich ja kache ich kenne die das macht dort schon keinen unterschied ja ich kenne eigentlich nur den weg nach okay ah so wirklich aber die andere seite der karte kenne ich eigentlich nur nicht ja guck mal matt mach mal eine kleine führung mit b ja danke ich muss nur kurz hier ein bisschen klatschen dann machen wir die führung du du ja ja komm ich habe ich muss nur einmal sagen ich habe ich war jetzt schon gegeben du arsch ist egal hier das ist b siehst du da hast du den kühlschrank ach das ist b genau oben Rahmen ich habe ja mach mal kalt derselbe er hält seine durch alter Sven willst du mal kalt machen äh alter Wollt ihr mich mal alle verarschen ja na check was ist jetzt passiert das auch ein paar menschen geopfert der konnte auch nichts dafür ich bin gerade bei jenny das wusste ich nicht gut dass du gesagt hast du bist bei ich war auch schon im jenny die kommt dann plötzlich da die bombe ist ungeschickt oder Nee, der ist wirklich da. Die ist so geschützt, Junge, die ist so aus der Zeit. Das ist einfach ne Maschine, Junge, der rasiert hier. Noch nie so'n krassen Typ wie dort gesehen. Mit über 40. Ah, sprich. Bist du auch schon so alt? Du hast 40. Ich bin 44. So alt, der heißt. Ich hab's Sache. Der ist doch blut jung, ja nicht. Ich fühl mich, ich fühl mich grad wie ein Kind. Ich fühl mich wie ein Kind. Janik, du bist der Jüngste von uns. Direkt. Wir planten auf A. Ich fang. Ich fang. Ich fang. Ich fang. Ich fang. K. Alex, K. Der hat noch ein Brett bekommen. Ja. Ich war fast da. Aber wieso verteilst du Bretter? Ich versteh das nicht. Der ist Schreiner. Der ist Schreiner. Der ist Schreiner, achso. Ich hab Bombe. Ich hab Bombe. Ich hab Bombe. Ich hab Bombe. Ist das B oder A? A. Geh mal B. Geh mal B. Okay. Fuck. Vorbeigeschossen. Hatten keinen Sinn mehr. Hatten mich. Ich weiß nur nicht warum... Achso. Ich weiß nur nicht warum Telus Zwift ein Famas hat. Ich mein... Hat die keine Bodyguards? Wer? Telus Zwift. Wo ist die? Platz 1 im Gegnerteam. Ja, die holt mich immer. Die Fotze. Der ist total schlecht. Oh ja. Der ist sehr gut. Der zweite von denen. Ich dachte schon, du sagst, der einzig sehr gut ist bin ich. Ja, Ronny, du bist auch gut. Aber bei uns im Team bist du gut. Okay, danke. 2 A, 2 B, einer Mitte. Geht, guck wo der Umfeld geht. 2 A, 2 B und eins fallen lassen. Ihr bei der B. Ihr bei der B. Die kommen in A. Mit Hass. Ja. Nee, komm. Ich hör auf. Womit, Alex? Sorry. Wart von mir. Nee, ist nicht meine Runde. Erstmal wieder nicht kaufen oder jetzt kaufen? Jetzt haben wir auch gewonnen. Du kannst kaufen, was du möchtest. Oh, ein bisschen mit Christian gefahren, Yannick. Hey, hey. Ich hab keinen Bock gehabt. Nicht Maxi sollte ich, oder? Hä? Maxi sollte nicht. Nur einen kenn ich da und nee. Ich hab ihn auf. Cheg dir vor ihm ab, wie ich ihn auch auf. Waaah. Hä? Ne? Ist einer? Warum geht es da? Waaah. 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 Vielen Dank. Waaah. Alter, Verbindungsfehler schon wieder? User disconnected from your channel Alles klar? Ich hab gar keinen Bock mehr auf dich Alex Verständlich Dass du ihn auch mal mobben musst Echt jetzt Ich mob doch niemanden Nur weil der fett ist Ach diese 140 oder 160 Kilo, das ist doch nix Echt jetzt Ich spieg auch 100 und Echt Gesundheit Wird B B ist nix Ist an der Mitte Ok A ist auch nix Doch A Ach komm Einer Mitte Fuck Hör auf Granate Da ist das Spitz angekommen Rechts Rechts Nicht mehr Ja nicht mehr Ja aber das hat doch mit dem Rest seines Lebens nichts zu tun Doch, bei ihm schon Womit hat das nichts zu tun? Mit dem Rest seines Lebens, weil das was du willst nicht mehr Oder Oder Nimm's doch nicht so schwer Ich nehm mir jetzt das Aufladekabel vom Laptop und häng mich damit auf Schade Schade Die Defense Die haben die Bombe Die haben die Bombe Die gehen auf B Die gehen auf B Die gehen auf B Dirk Die gehen auf B Fuck Fuck Drei Mann A Ah sorry Zwei Stück Ich darf nicht, ne hast alles richtig gemacht Ach nee Ich darf nicht Hast alles wie ein Träumchen gemacht Dirk So ein hartes Match aber Let's move out Yannick lief zwar besser und einfacher aber Mitte Bei Mitte kommen die rechts aus bei A, ne? Ach so, ich war komplett auf den Kopf drauf B ist einer B ist einer Ja ich weiß Ich war doch komplett drauf Pah Der ist getroffen Der hat drei Zwei Mann B Zwei Mann B Ich hab jetzt mal sechs mal eben geschossen B ist das Alex, glaub ich Blenden B So und die ist da Ach so Ne Naja die sind Die zwei sind krass mit der Diegel Hab kein Geld mehr, ich muss eine Eko machen Ich hab auch kein Geld mehr Ich hab in real life kein Geld mehr Zählt das auch? Ja das hab ich auch Ja das hab ich auch da Oh nicht, das ist nichts neues Okay Nein es ist ja immer, Geld hat es für Dirk Ja das stimmt Dirk hat immer Geld Ja Dirk ist ja auch reich Ja Mhm Sonst kann man ja auch Keine Leiter leiten Was machst du da? Ich spiele ja auch mal noch Ja 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 Da oben liegt ne Waffe Schön Schön Dirk ist und bleibt ne Maschine Ich weiß nicht wie das macht Das war schon immer so Ne Das war schon immer so Dirk war immer so Ja Ich hab nicht gesehen Wenn Dirk die Ruhe behält, dann trifft er Das Problem bei Dirk war immer die Nervosität Aber auch beim Zittern Ja ja dann immer wenn er in Hektik gerät dann fängt er an so Und dann ist vorbei Das ist immer dann wenn ich kalt kriege Ja genau Und da er jetzt ein ähm Sein Zockerzimmer im Keller hat, was soll ich sagen Ja Sitter ist nur noch Ja Es ist einfach so Vorang ist der Dirk noch blau Bitte kommen Mitte Arnie Arnie Mitte Wie komm ich zur Mitte? Nicht bitte Drei Stück sind äh Ja Sven Noch ein Scope aus der Entfernung Das kostet Ne Drei Stück sind da ne Ja Ja Du Ja Zwei hab ich weg geholt Ich weiß wie viele noch da sind Einer Zwei Zwei Ich hätte schnell sie sehen Hast du schön gemacht Ja Ja Sauber Ja Habe ich auch nicht ausgelacht Ach ja Wir kämpfen um Meter um Meter quasi Aber wir kämpfen Mh Mh Aber Alex denn ohne Match ist das auch nicht Let's go Kein bisschen Aber Dirk seine Web ist das Die Laying Down smoke Throwing fire Throwing fire Einmal unsere Bivik die zwei aus wird das bisher nichts sie sind alle bei b die sitzen im vorraum ja diese haben standen da ja ich denke jetzt gehen sie nach a jetzt haben sie gemerkt dass wir gemerkt haben was sie vor haben die gehen nach a hast du da hält sie auf was los also zumindest mitte war einer habe ich gut aufgelenkt du bist meine maschine ich bin meine maschine du bist ein killer aus fleisch und blut wenig hier ist der auf a gekommen ja wieso ist keiner auf a nach hinten rum mit deutsch her ach komm wo steht der 68 zu 3 der kommt jetzt am auto wir kämpfen wir kämpfen echt begeistert von dir dirk echt kannst du das nicht auch über mich mal sagen ja doch du bist auch besser geworden aber du hast halt nicht so einen sprung gemacht wie dir ich weiß dass ich jetzt sehr verletzt bin ich weiß dass ich jetzt sehr verletzt bin ich weiß dass ich jetzt sehr verletzt bin komm wenn wir es bald sehen dann gibts ja kurz auf die nuss ok darf ich mir die nuss aussuchen runde nach a a die sind a also ich steu dich auf a vor a ach komm b bitte ronny blaue tür eine oder was du da hast ich weiß es nicht das bin ich ja ja hier oben auf dem ding steht da jetzt um den container rum gehst links ja genau hat mich wo ist denn die bombe auf die schade macht nichts war schön gemacht habt ihr eben gesagt so was regt mich selber extrem aber mich selber auf wenn ich was verkacke habe ich will die selber behalten das ist kommt nicht in die tüte deshalb bist du schon fast langsam da liegt aber einer auf dem boden das ist ein scout der scout der ist doch gar kein scout weil der der in den Spiegel rechts rechts Sorry Alex, aber wärst du nicht als Pflicht genommen, wär der auch tot gewesen Achso, ich hatte nur 1 HP weniger Echt? Mhm Hast du da auch angeschossen? Tja, ich kanns Du hast meinen dicken Zeh geschossen Ah und ihn? In den Kopf oder was? Mhm In der Pimmelkopf Kanappe Smoke Throwing smoke Incendio Throwing flashback Ah, glaub ich, oder? Nee Bitte Mann Da steht einer mit der AWP an deren Spawnpunkt und schießt dann quasi lang Hast du das gesehen Sven? Nee Taylor Swift ist er hackt, aber übertrieben Doch Nein Die ist am springen, guckt mich nicht an und erschießt mich mit der AWP ohne mich anzugucken Am Hüpfen Ja Du ins T-Spaum Schreibt er Hat mich Bei A Kein Torwarti Ja, guck mal, die wurde gerade von den eigenen gekillt Alles klar Was denn? Der zweite war schon Nice Du hast doch gesagt, du schießt immer so Normationell Machst du nie Ja Ja Ich glaub, du schießt wie ein Mädchen Mhm Ich kann nix, ne Naja, du siehst ja wie Taylor Swift spielt, ne Also ich mein, für das sie sonst so singt Quasi 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 Throw in Flashbang Komm Flash A Einer ist bei B Ne Und sie kriege ich es nicht mehr gebacken Und wie geh ich ab, Ronny, hä? Äh, ich weiß nicht, ich guck dem Russen gerade zu Oh, dann ernst Junge, weißt du wie ich grad die drei hier gegeben hab? Ja, tut mir leid, ich guck den Russen zu War unnormal Ja, aber wie gesagt, es sieht kein Mensch Oho, da kann ich doch direkt sterben Der Russe hat aber auch mal eingetroffen Ja, weißt du, das war unnormal was ich hier gerade gemacht hab, Ronny, das war echt unnormal Und du guckst einfach den Russen zu Ich guck dem Russen zu Warum? Ja, ich guck dem Russen zu, damit ich euch sagen kann, was der macht Ja, weil, ist... Ich bin doch wichtig Aber du bist kein Russe Zuckerblät Die den Nachhol Biatt Reicht das? Mehr kann ich nicht Was? ügig Ja, einer ist auf A, spot below. Also ich bin all auf A drauf. Okay, was machst du? Was machst du? Ich habe mich vertus. Rechts, 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 rechts. Oh, der kommt hinter dir wieder. Der kommt hinter dir. Nein, der hat mich kaum hören. So wie du gesteppt bist, kein Wunder. Entschuldigung, ich bin nun mal Stepper. Ah, du gehst mal gerne auf den Stepper. Ja, ich habe extra diese Schuhe an, weißt du, die man auch zum Steppen braucht. Mit diesen Klapperdinger drunter. Habe ich extra rein ins Spiel gepatcht. Ach komm. 83 in 2. Nein, das ist so früh. Buster, Sparrunde machen. Das ist auch noch. Das ist auch noch. Das haben wir verloren. Wenn du Dirk nicht, warum bleibt denn ich Bescheid Dirk? Ach komm. Fuck. Pustet. Oh nein, er ist auch noch tot. Komm, Alex, zieh doch mit rum. Lass doch nicht mit deinen Leuten drauf. Ist überhaupt noch jemand lebendig? Nein. Ne. Wir sind bei... Bei dir. Ja. Wir sind bei dir. Wir gucken alle die jetzt zu Ronny. Ob das so gut ist? Ich weiß es nicht. Aber... Ich habe fast 440 Kills. Ich nicht. Ich habe 7. Grab your gear and let's go. Du bist auch besser geworden, Ronny. Siehste? Was ist denn? Was anderes habe ich überhaupt nicht erwartet von dir. Jetzt endlich kommt es. Ja. Ich bin tot. B. Ich war geblendet. Wo waren die? Ich bin drauf. Ich bin wieder. Ich habe nur einen gesehen. Ich war geblendet, wie gesagt. Bombe geht auf B. Aimt aber auf mich ab. Ist noch vor A. Kommt auf A. Oder auf mich. Ich bin es. Da war noch einer auf B. Ach komm. Da ist er. Schön. Einer war noch auf B, ne? Warte. Ja, komm hier. Ja, wie der das weiß. Ohne, dass ich steppe. Ist klar. Schön. Noch ein... Du brauchst noch einmal treffen. Um nicht zu nach. Weil ich das gewohnt bin. Der geht blenden. Wegen der Zeit. Ich denke mal D. Der logischste, ja. Ich rate auf er nur. Der müsste auch schon ruhig sein. Ja, B. Hört der. Der kann auch hinter dir jetzt kommen, ne? Noch mal einen Sekunden. Sauber. Ja, Dirk. Der war ja low. Wunderschön. Ja, der habe ich ja eben schon getroffen mit der... Stimmt ja. Mit der Scout. Wunderschön. So, wir müssen die Waffe haben. Das eigene. Mitten ist offen. Der Ongel macht, was er will. Okay, Mitte. Okay. Mitte Steps. Ich bin geblendet. Ist durch. Wunderschön. Ach, komm. Der ist low, Ronny. Der hat 9 HP. Hört mich. Kommt hinten oben nach B. Schön. 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 Hinten oben. Hinten oben. Siti, siti. Hinter dir, hinter dir, Ronny. Von da. Oder von oben. Ah, fuck. Versuch mal nicht immer zu pieken. Ich bin so nervös. Nee, hast recht. Ich hätte lieber gewartet. Das Onspot-Polier. Weiter. Wenn ich das anhörte. Ja. Klar. Nee, nicht nochmal. Ah, Mann. Unentschieden. Wie gibt es das? Mhm. Hey, Rang 10. Ja, ja. Das Gute ist, du brauchst noch ein Spiel spielen jetzt. Rang 10. Ja. Warum kann er hier? Noch ein Spiel spielen. Wir beide sind nur unentschieden, brauchen kein Sieg. Unentschieden zählt, glaube ich auch. Ich verstehe ich nicht. Warum kann er denn nicht noch ein Spiel spielen da? Weil es insgesamt zwei Spiele sind pro Tag, die du spielen darfst, wenn du noch nicht eingerankt wirst. Ach so. Zwei Siege. Nicht Spiele. Ja, sag ich doch zwei Siege. Probier's mal. Aber der ist noch... Ja. Der ist nicht eingerankt. Ja, geht doch. Okay, aber schon. Du Cache raus. Du Cache raus. Du Cache raus. Du Cache raus.